Moin Moin, der große Rote hier. Weiter geht's mit Bomber 40k. Chaos geht, Steuben hat das. Let's go! Klappnerver wieder dabei. Jetzt habe ich den Justica mitgenommen, den Asceptor mitgenommen und meinen C-Pulsar Fan-Captor. Nur wenn nur keine Dings machen, keine Servitoren mitnehmen. Das war ein bisschen schade, wegen Saaten, aber ich habe zwei sehr hohe Crit-Charaktere dabei. Das sollte zwiebeln. Bloomspawn located. Teleportation converging on an abandoned transportation hub. Our enemy's strategy is clear. The bloom settles in our Imperium's collapsed infrastructure, safe from watchful eyes, but close enough to the huge populations it plans to feed upon. Seidren, können wir auch schön schubsen. It will be done. Woes are near. Beware my brothers. At once. Neue Rüstung angezogen. Wie mir. Das Ding hat er jetzt 4 AP. Ja ähm. So reinzwiebeln. Der hat sich jetzt nicht bewegt. Das hat sich genau vorgestellt. Das ist ein Wunderbar. Das ist ein Wunderbar. Das ist ein Wunderbar. Das war gut, aber Terminator. Ja, ich weiß, dass da noch keiner ist. Es darf nicht weiter vor. Das sieht ja mal lustig aus. Krass. Jetzt betäuben wir den quasi? Dann können wir ihn exekuten. Dann können wir ihn exekuten. Oh, gut. Dann haben wir ihn auch wieder erwischt. Das ist ein schönes Betäubungstarket. Jetzt kommt aber ganz schön viel. Inrichtig. Das ist ein schönes Betäubungstark. Das ist ein schönes Betäubungstark. Jetzt, Commander. At your service. Er ist nicht betäubt, dass er nicht besser ist. Ich steuere noch eine Granate. Okay. 2 angriffe würden da nicht reichen da ist er nicht dabei da ist er nicht dabei dann nehmen wir den hat er nicht gegen nachteile ich versuche ich drütschlafen Ja, Herr. Das hat auf jeden Fall ordentlich wehtan. Das hat auf jeden Fall geöffnet. Ich habe einen Kater beveilet, was ich? Äh, da geht das recht besser, ja. Ah, die kriegt gar nichts durchs Exocult. Naja, das ist doch 5 Punkte, oder? Du kannst hier hinten mal richtig randaliert gehen. Moving now! Oh, boi. So, seine Angriffe können gefeiert werden. Äh... Dann kannst du nichts mehr machen. Dann bist du harmlos. Was? Vengeance! Nicht gerüttelt. Das ist ja schlecht. Oh, boom, dude. Das ist ja schlecht. Yes, Commander. Wir sind der Hammer! Wir sind der Hammer! Wir sind der Hammer! Ich bin mit dir! Die Schreie! Die Schreie! Die Schreie ist hinter dir! Die Schreie ist hinter dir! kann ich also nicht mehr 5 Uhr Zeit kriegt wahrscheinlich das ist in der Tat sehr sehr wenig so wie ich sie Oh, das geht ja weg. Oh ja, komm mal. Aus und nachladen. ich habe keine blüten eingesammelt die exekuze waren zu können es wird die aus der schweizung die schweizung die schweizung die schweizung die schweizung Ah, wasser war denn da? Der unkrassen Schuss auflädt. Tja, das ist mit minus 50% Wahrscheinlichkeit. Das ist echt das Böse. Ein böser Perk. Ich will end this corruption. Ich bin seine Wille. At once. Ich bin mit dir. Die Böse. Die Böse. Hallo, die Böse. Ich hätte gern plus 3 und halb. Da hätten wir ihn gebrauchen können. Die Böse. Ich würde mich mit dem Feuer Challen schenken. Eine Foul Seed, Clay. Wenn der Explosive härtet... I am here to serve. At your service. Pools! Here. I am here. Die Ämpera vertreten Mal gucken, vielleicht jagt ihn sein eigener Dings runter. Tja, das funktioniert nicht. Alter, sind das eklige Sachen, ey. Was hast du denn für den Crit-Shops? Oh, 20% bei 4 Angriffen. Jaaaahhhhhh! Taste my fuel! Genemy, destroy! Jaaaahhh! 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 Jaaaah! Jaaaah! Jaaaahhh! 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 Ja, dann werde ich gut davon. Was für ein Overwatch. Ja, das ist eigentlich eine gute Stellung, wie sie da haben. Eigentlich muss ich ja sagen, aber ist das eine sehr gute Stellung, die ihr da habt. Leider bin ich besser als hier. Oh man, das ist ja so gut. Ein weiterer Foulseid, Klai. So destroyed, Commander. Ja. At your service. Here. I am here to serve. Yes, sir. Na, die Matrix ist trotzdem noch an. What is your win? Taking position. Yes, sir. I sense the enemy converging. I'm just going to kill you. Ready to serve. Yes, sir. Wait. Wait. I get his reset. Oh, come. Ah. Kriegst du da reset? Okay. Okay, der tutet. Das heißt, ich darf nicht wissen. Your command. Firing. Now. Blessed ammunition depleted. At your service. Ach, der kann sich nicht bewegen, weil... Nein! Das war dämlich. Das war so richtig... ...Kategorie... ...dumm. Das war so richtig... ...Kategorie... ...I am his will. Yes, Comander. Oh, warte mal. Du wirst dich dafür nicht zu hart bestrafen. das ist mir jetzt nicht im charakter oder so abothekarios ist schon was schönes aber das war gerade nur so problematisch weil die diese kritik und den flammenwerfer kann man halt noch gegen den ortspriester austauschen so paladin das kann man hier dieser retter lang plus vier krit schaden bei sein distanzangriff ja jetzt haben wir den feuer handelmann auch endlich fertig jetzt werden wir nie wieder spielen ich bin kein freund von dem aber wir haben wir heute im early besser gewesen als jetzt so im late game na gut dann machen wir hier cut für heute ich wünsche euch noch einen schönen tag wir sehen uns beim nächsten mal bis